Ich dachte, es wird wieder mal Zeit für ein Video zum Thema Steingeister. Und dazu habe ich für dieses Video den Geist des Florids eingeladen, den besucht. Also quasi die spirituelle Intelligenz, die hinter dem Mineralflorid steht. Ihr wisst, ich gucke für solche Videos nicht in irgendwelche Heilsteinbücher rein, sondern ich gehe direkt an die Quelle. Und dafür braucht es halt spezielle schamanische Fähigkeiten, die ich zwei Jahrzehnte trainiert habe. Und das lehre ich auch. Also wenn du das lernen möchtest, einfach mich kontaktieren. Dann kannst du sehen, wie das geht. Der Florid ist energetisch wie ein Klangteppich. So kann ich das am besten beschreiben. Stell dir vor, der ist so ein sehr großes, energetisches und fein gewobenes Gitternetz. Das ist so das Wesen, das innere Wesen, das spirituelle Wesen des Florids auf so einer inneren Ebene. Nicht materiell, sondern eben die Intelligenz, die dahinter steht. Und dieses Netz, das reicht sehr weit. Das reicht nicht nur in der materiellen Welt sehr weit, sondern auch sehr tief in geistige, strukturelle Ebenen hinein. Stell dir vor, es gibt so eine recht abstrakte Ebene, so eine Ebene der grundlegenden Formen und Konzepte. Und da reicht der Florid mit seinem Wesen hinein. Und er verbindet diese abstrakte Ebene mit der konkreten alltäglichen Ebene, da wo die Formen eine Vielfalt ausgebildet haben. Der Floridgeist, der ist sowas wie ein Vermittler zwischen groben, grundlegenden, oder nennen wir das auch archetypischen Formen, und der konkreten Welt, wie sich diese Formen dann in allen möglichen Varianten zeigen. Bei organischem Leben, aber auch bei anorganischen Strukturen. Wie auch immer wir das kategorisieren, überall. Der Floridgeist, der kann sozusagen wissen, was hinter einem konkreten Alltagsthema oder einem Phänomen, was wir aus der alltäglichen Welt kennen, was da dahinter steht. Verbindet man sich jetzt mit dem Geist des Florid, sprich taucht in sein Wesen, in seine Welt, in seine Intelligenz ein, dann kann man quasi erleben, wie es ist, zwischen abstrakten Konzepten und konkreter Form hin und her zu wechseln. Und dabei kann man auch lernen, wie aus dem einen das andere wird und umgekehrt, beziehungsweise wie beides miteinander in Verbindung steht. Man kann auch sagen, der Florid ist sehr nah an vielen oder an den meisten Schöpfungsakten beteiligt. Der ist da richtig so involviert, aber nicht aktiv, sondern eher als stiller Beobachter. Der ist eher so auf der strukturellen Ebene zu finden. Und der hilft aber gerne aus, wenn es irgendwo jemanden braucht, der energetisch unterstützen kann. Aber der hält sich eher zurück. Der ist eher so von der passiven Natur. Was bedeutet das jetzt für uns Menschen im Alltag, wenn wir mit dem Florid zusammenarbeiten wollen, sprich seine Kraft für uns im Alltag nutzen wollen? Wie kann der uns helfen sozusagen im Alltag? Der Florid kann uns dabei helfen, die Strukturen hinter den alltäglichen Dingen zu verstehen, einerseits und andererseits Einblicke zu bekommen in die Hintergründe und größeren Zusammenhängen des Lebens. Das ist so eine große Sache. Das bedeutet ganz konkret, dass immer, wenn wir etwas nicht verstehen im Leben und deshalb quasi auf dem Schlauch stehen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann kann uns der Florid dabei helfen, wieder auf den Weg zu kommen. Und zwar auf den Weg, der uns entspricht. Nicht irgendein Weg, sondern der Weg, der wirklich uns entspricht. Der hilft uns sozusagen, uns wieder in unser ureigenes Seelensein einzuklinken. Und quasi ist wie unsere eigene seelische Schablone für unser Alltagsleben. So kann man es auch sagen. Oder etwas anders ausgedrückt. Kann uns der Florid dabei helfen, unseren Seelenweg inmitten des Alltagsdschungels sozusagen immer wieder zu entdecken, wenn wir den verloren haben, oder die Vision zu sehen. Und uns darauf wieder einzuschwingen. Das kann der sehr gut uns dabei helfen. Und der kann uns auch mit all den anderen Wesen und Kräften verbinden, die wir brauchen auf unserem Lebensweg, auf unserem Lernweg im Alltag, um eben all das zu lernen, was wir uns vorgenommen haben zu lernen, um unseren Plan zu verwirklichen, den größeren Plan, den wir gemacht haben. Daher können wir sagen, dass der Florid ein Mineral ist und der Geist dahinter, ein Intelligenz ist, der uns hilft, all das Wichtige lernen zu können, um unseren eigenen Seelenweg, unsere ureigene innere Vision optimal zu verfolgen, zu erkennen und zu verwirklichen. Gut, ich hoffe, das hilft dir weiter. So viel von mir und vom Florid. Wir sehen und hören uns. Bis dann.